Stellen Sie aus der Sitzposition heraus einen Fuß auf die SoftX Faszienrolle. Üben Sie selber den Druck aus und rollen Sie langsam von der Ferse bis zu den Zehen und wieder zurück. Wesentlich intensiver wird diese Übung, wenn sie im Stehen ausgeführt wird. Hierbei können Sie einen Großteil Ihres Körpergewichts auf die Rolle verlagern. Sie bestimmen selber, wie viel Druck für Sie angenehm ist. Untertitelung des ZDF, 2020